hallo willkommen zurück zu open game night ich bin der mo und wir sind heute im trio modus ich bin zu dritt das heißt drei wir haben die nächste wir haben das geschafft wir haben es geschafft was haben wir gesparen haben 40 40 bb und jetzt haben wir die die ich bin der blau ich wollte so abgefangen nein nein der ist ein richtiger asozialer ich hänge nur fest aber ich bin ja da 1 2 Oh, shit. Yes. Oh, no. Oh, shit. So, Leben. Oh, fuck. Oh, fuck. Du da den den Scheiter. I got a brain damage damage damage. Oh, yeah. Don't touch it. I wanna touch. I wanna pet him. Was passiert hier für ein Leben? Was für ein Leib. Also, es ist im Dunkeln. Wisst ihr, meine Pupillen, die können nicht mehr so brutal krass von Tag auf Nacht wechseln. Scheiße. Stoppa. Ein paar müssen hoch, ein paar müssen runter. Ich geh runter. Okay. Ich geh hoch. Ich bleib in der Mitte. In der Mitte. Shit. Nochmal. Also, ich geh hoch. Ich geh runter. Oh, yeah. Was passiert hier? Hello. Hello. You see me, you're looking for. I can see you, you're looking for. I can see you, you're looking for. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, w- 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 Was ist jetzt hier passiert? Oh, yeah. Oh, shit. Das ist schon wieder. Ist der da irgendwie? Müsst ihr mir vielleicht alle Dinger drücken? Ja, ich glaub auch. Welche Dinger drücken? Dass du mir alle Portale öffnen müssen, weißt? Könnte sein. Ich geh nach oben. Ich bin gar nicht da. Ich mach das alleine. Geiler Typ! Shit, man. Nicht? Don't touch. Mach das schon. Oh Gott, berühr nix. Ich bin verrecken, ich will das hören. Ach so, dann müssen wir aber den Kreise. Oh, schein! Jawoll, läuft bei uns. Das machen wir jetzt nimmer. Pass auf. Nein! Einer muss nach oben, weil wir dürfen keine zwei Portale drücken. Wir sollten aber... Zwei müssen wir drücken. Toll habt ihr's gemacht. Ich wollte die Musik aber hören. Also ich als totaler Amateurmusiker. Ja, ja. Power Chord Style, weißt? Drop. Gut. Nein, musst du vielleicht ein bisschen warten. Ja, das weißt du, aber beides. Ja, du aß das. Ja, du musst doch zwei drücken. Aber ein bisschen warten. Hast du doch kurz selber... Geh nach oben. Oh, Fettsäure geht natürlich auch. Nicht anpassen, nicht anpassen, nicht anpassen, nicht anpassen, nicht anpassen. Jetzt bin ich hier wieder weg. Amen. Ich zack dir jetzt eins, du geh ich jetzt... Jetzt ab! Geil, das wollt ihr hören. Jetzt können wir weitermachen. Fuck. Ja! Ja, hey ho! Mein Gott! Hey ho! Hey ho ho! Weiter geht's oder, Jungs? Oh, jetzt flipp mal völlig aus. Oh nein. Ich bin ein richtig schönes Mädelchen! Was ist da? Nein! So snackmäßig ausbremsen. Nein, Mann! Nein! Jetzt, was ich will. Nein! Who wants you? Shit! Was hast du jetzt davon, Jungs? Fuck, shit! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Toll gemacht! Super, Pep! Nicht anfassen! Okay! Nein! Anderer Plan! Nicht den Boden! Anfassen! Da bist du schon wieder. Yeah! Nein! Oh, fuck! Nicht zu schnell! Nicht zu schnell! Nicht zu schnell! Okay! Ich bin hänglich! Genau! Flieg unter ihm! Flieg unter ihm! Weißt du was ich meine? Ja! Also einer muss sich opfern, oder wie? Ja! Opfer dich! Bitch! Oh, ich hab einfach meinen Schwanz eingesetzt, aber das wisst ihr ja! Das macht ihr immer! Oh, shit! Also ich kann, genau! So auf einfach einen Schwanz einsetzen! Und bremsen! Oh, shit! Oh, shit! Oh! So sehen was ich für euch gemacht hab! Ja, nein! Schwer, beschwer dich nicht! Shit! Save uns! Ja, shit! Du musst echt davor bremsen! Dann! Ah! Alter! Alter! Ich bin richtig mies geworden, hab ich festgestellt! In was? In dem Schallspiel! Warum? Ständig Verrecki! Echt? Ja! Hast du dir letzte Episoden angeschaut? Da war's nicht viel besser! Auf euch kann ich immer zählen! Du waren doch Feinde, wenn man solche Freunde hat! Freunde? Das ist der Heilige Graal! Das ist der Heilige Graal! Das ist der Heilige Graal! Der Heilige Graal! Der Heilige Graal, Mann! Du wierst mich an in deiner Boomform, ey! Wie ist das? Schin! Sching! Ah.. Oh! Uh! I believe I can fly! I'll reach the sky, I'll bring a bowl in every night and day. Spread my rage and fly away. Spit my rage. No! Spread my wings and then spit my rage. Spit my rage. Spit my rage in your face. Spit my rage. Was? Tears. Chee-chee-chee-chee-sies. Ah, man. Ja, das Level machen wir jetzt noch, wir haben zwar einen geiler Typen. Geiler Typen. Ich möchte anmerken, ich bin kein Türke. Und ich möchte anmerken, ich wurde zu Gin Tonic geführt. Und ich hasse dieses komische Baumkraut. Jeun Tenik. Jeun Tenik. Lieben Sie nicht auch ein bisschen Jeun Tenik? Nein, ich finde ihn nicht, finde ich irgendwie asozial. Dezent. Mit Abstand! Oh yeah, ihr crazy Typen! Ihr seid ja mega unterwegs. Ich bin so crazy. I see what you did there. Ich hab grad eh gemeint, das Übergeben irgendwie so drunter zu kriegen. Das Übergeben runter zu kriegen? Ja. Was? Oh scheiße. Nicht anfassen. Oh! Wie geht das? Ich weiß nicht. Wie geht dieser? Jawoll. Könnt ihr erstmal alle? Jetzt verrecke. Einfach nach oben drücken. Also zwischen die Zähne. Ich drück dich nach oben. Ich drück dich gleich zusammen. Ohohohoho. Jetzt schlag dich gleich um. Oha! Oha! Und der Spektor hat's wieder geschaut. Der Spektor? Der Spektor. Geht's ihr bitte? Wir sind so fett! Oh, schon wieder von da. Also ganz klein werden. Wir dürfen das eine Ding nicht anfassen. Bleibt's hier unten. Bleibt's hier unten. Okay. Scheiße. Gut. Jetzt kommen wir da nämlich durch. Ne, mit mir ist es vorbei gewesen. Ne, ich hab's gesehen. Warte, warte, warte! Und wie das Auge am Schluss so rücken. Oh fuck! Also. Schnappt ihr alle? Haben wir alle geschafft? Ja, ich glaube. Geiler Typ. Geil. Schaffst du? Oh! Brutal! Nein! 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 Oh yeah! Hallo wieder. Ich bin wieder mit mir. Ich bin wieder mit mir. Das gehört wieder niemanden. Oh man! Oh man! Oh! Ja, aber ich lade euch jetzt mit meiner Brust ein. Boah. Das ist 10. Das war nichts. Sieh nützi. Ich bin weg. Das geht nicht gut. Das war das Ende unserer heutigen Folge von Open Game Nights. Ich bin der Mo. Heaven Apart. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Schau auf, wenn wir zwischen den Beinen rumfummeln. Was ist das? Oh! So Jungs, jetzt erstmal ordentlich Masturbation. Ich bin der Mo. Ich bin der Mo.